Das Coronavirus hat die Eigenschaft, die Dinge wirklich auf den Punkt zu bringen, die Substanz freizulegen, auch die geistige Substanz freizulegen. Und da gibt es ja die Verschwörungstheoretiker, die sagen, ja, dieses Coronavirus, das hätte Bill Gates in die Welt gesetzt oder George Soros. Also praktisch diese rechten Verschwörungstheorien, die so derartig hirnverbrannt sind, da wird auch der Papst selbst ins Spiel gebracht. Ich würde vorschlagen, vielleicht auch der Luther Matthäus, der hat neulich so komisch in die Kamera geschaut, vielleicht war der dieses Jahr. Also das ist schon total absurd. Nicht absurd ist aber, wie Schweden mit dieser Corona-Krise umgeht, beziehungsweise ist die Fragestellung, sind fast alle anderen Länder hysterisch, indem sie den Lockdown so streng halten, während Schweden ja viel laxer ist. Da kann man nach wie vor ins Restaurant gehen, da wird in die Schule gegangen, da sind die Kitas offen. Es gibt ein paar Einschränkungen, aber sehr maßvoll unter der Leitung des führenden Virologen des Landes, der diese Politik letztendlich fährt, indem er die schwedische Politik in diese Richtung gebracht hat. Wenn Schweden recht hat, dann würden alle anderen, so ziemlich alle anderen, sich massive ökonomische Schäden zufügen, weil sie eben diesen Lockdown so rigide Hand haben. Deswegen ist das jetzt eigentlich die Grundfrage. Es gibt hier viele Menschen in Deutschland, die sagen, mich kotzt das dermaßen an. Wir sind da viel zu rigide, was diesen Lockdown betrifft, andere sehen es anders, aber es ist einfach die Grundfrage, die Gretchenfrage, um die es jetzt geht. Und wir wollen uns mal hier ein bisschen Schweden genauer anschauen, um zu gucken, naja, sind die anderen hysterisch und Schweden vernünftig oder wie schaut es da wirklich aus? Schauen wir uns zunächst mal eine Schlagzeile an von gestern. Hier sehen Sie den Premier Löwen, der gestern eine letzte Warnung, wie er gesagt hat, ausgesprochen hat, weil zum Beispiel in Stockholm, wo das Wetter auch sehr angenehm ist, derzeit die Leute massenhaft in Restaurants sitzen, ziemlich eng beieinander sitzen. Und hier sagt Löwen eben, ja, also wenn das so weitergeht, dann machen wir die Restaurants und Bars dicht, denn die Kompetenz, die haben wir. Man hat sich da ja im Parlament schon die Mehrheit für einen solchen Schritt geholt. Und wir wollen uns mal anschauen, wie sind eigentlich die täglichen Infektionen in Schweden. Wir sehen, das ist eine relativ konstante Zahl, die wir hier sehen, so um und bei 500, 600, 700 sind es durchschnittlich. Und wir sehen hier auch die Todeszahlen, die zuletzt dann immer wieder die Peaks nach oben haben. Dann gibt es diese Abflachungen nach unten. Das ist das Wochenende. Der Schwede stirbt ungern am Wochenende. Das ist die Quintessenz aus dieser Statistik, meine Damen und Herren. Da wird dann heute am Montag oder am Dienstag gestorben, aber am Wochenende, das ist ungut. Nein, ist natürlich die Erfassung viel schlechter am Wochenende. Das ist klar. Schauen wir uns mal die Todeszahlen pro einer Million Einwohner an. Dann sehen wir Schweden bei 173,3, die Zahlen aus oder vom Mittwoch, also von gestern. In Deutschland 60,7, also nur etwas mehr als ein Drittel der schwedischen Zahl. Wir sehen USA 137, also Schweden pro einer Million Einwohner deutlich mehr Tote durch Coronavirus als die USA. Das ist erstaunlich. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viele Fälle eigentlich pro Million Einwohner in welchen Ländern der Fall sind, dann stellen wir fest, Spanien ganz oben, dann Belgien, über Belgien spricht eigentlich keiner. Irland auch sehr hoch, Schweiz, Italien, USA. Und Deutschland ist dann im eher unteren Mittelfeld und Schweden noch ein bisschen drunter. Also etwas weniger Fälle scheinbar in Schweden pro einer Million Einwohner. Ist das aber wirklich der Fall? Hier sehen wir in der unteren Grafik, wie viele Menschen pro Million Einwohner getestet werden. In Schweden sind das hier, zweites von rechts, sind das etwa sechs bis sieben Menschen pro Million Einwohner. In Deutschland sind es derzeit so um und bei 21. Das heißt, wir haben jetzt etwa den Faktor 3 der Tests in Deutschland im Vergleich zu Schweden. Das wiederum bedeutet, dass wir wahrscheinlich in Schweden eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer haben. Schlichtweg, weil viel weniger getestet wird. Das ist das große Problem. Hier sehen wir übrigens auch Schweden in der Increase in Confirmed Cases, also in bestätigten Fällen geht Schweden relativ deutlich nach oben. Hier rechts sehen Sie Georgia, das ist nicht Georgien, sondern das ist Georgia, der Bundesstaat in den USA, der am Montag durch seinen Gouverneur beschlossen hat, hier wieder praktisch komplett zur Normalität zurückzukehren. Man selbst hat aber in Georgia kaum Tests, ähnlich wenig wie Schweden, etwa sechs bis sieben Tests pro Million Einwohner in diesem Bundesstaat. Und jetzt sehen wir, um von Schweden ein bisschen wegzukommen und die internationale Perspektive mal einzunehmen, sehen wir, dass Donald Trump jetzt den Gouverneur-Camp von Georgia gemaßregelt hat, weil der eben so schnell wieder zurückkehren will zur Normalität. Ich habe dem Gouverneur gesagt, dass ich da ganz deutlich nicht einverstanden bin, da stark widerspreche, hier der Entscheidung jetzt wieder einige Bereiche zu öffnen, der Wirtschaft oder des öffentlichen Lebens in Georgia. Und der beruft sich da auf die Verabredung, die man hier getroffen hat mit Phase One Guidelines. Diese Phase One Guidelines heißen, ein Bundesstaat oder man kann das öffentliche Leben wieder hochfahren, wenn man einen Rückgang von 14 Tagen hat der Neuinfektionen, was in Georgia nicht der Fall ist. Also wir sehen das seltene Beispiel und das erste Beispiel, dass sich Trump gegen einen republikanischen Gouverneur stellte, dass er hier sagt, das halte ich für verfrüht. Wobei Trump ja selber aufgerufen hat, verschiedene Bundesstaaten den Lockdown zu beenden. Also das ist ein seltsamer Strategieschwenk offenkundig durch Donald Trump. Vielleicht ausgelöst auch durch die täglichen Zahlen der Neuinfektionen in den USA. Was wir hier sehen, ist die Zahl von vorgestern. Ich glaube, gerade sind die Zahlen jetzt reingekommen für den gestrigen Tag. Hier ist der vorgestrige Tag noch erfasst und wir sehen, eine klare Tendenz ist hier nicht erkennbar. Da hatten wir doch starke Anstiege jetzt zuletzt. Jetzt gestern ist es, glaube ich, einen Ticken wieder zurückgegangen, aber es ist nach wie vor ein sehr hohes Niveau. Hier sehen wir mal die Fälle in den USA. Insgesamt geht jetzt schon deutlich auf eine Million zu. Schauen wir uns mal die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts an. Dann sehen wir, dass wir in Deutschland jetzt 148.000 bei einer Zuwachsrate von 1,6% und die Todesrate um 4,4% gestiegen. Bleibt also auf relativ Plateau-Niveau, kann man sagen. Heute zum Beispiel hat jetzt das UKE gesagt, der führende Infektiologe des UKE, also mithin einer der entscheidenden Kenner in diesem Bereich, hat gesagt, wir müssen jetzt überlegen, ob wir jetzt die ganze Geschichte wieder öffnen, zum Beispiel mit Kitas, mit den Schulen. Denn es kann sein, dass wir vielleicht in eineinhalb Jahren noch keinen Wirkstoff haben, kein Medikament, kein Impfstoff. Es kann sein, dass wir niemals einen bekommen. Das ist sozusagen jetzt die Perspektive, die man mitdenken müsse. Dementsprechend müsse man, wenn das so sein sollte, eben einen Plan B entwickeln, was man tun kann, wie man jetzt dennoch die Wirtschaft wieder rauffahren kann und sozusagen das öffentliche Leben in Gang setzte, auch wenn es keinen Wirkstoff gibt. Wenn diese Geschichte so kommt, wie sie kommen kann, wie sie JP Morgan sieht, nämlich dass diese Corona-Krise, dieses Coronavirus in Wellen kommt, dann werden wir eben im Herbst wieder neue Wellen sehen. Das wäre das Problem. Neues Thema, Finanzwelt. Heute wird der Wichtige entschieden durch den Europäischen Rat, also durch die Staatschefs, wenn man so will, die in einer Videokonferenz, die Staatschefs der Eurozone, die in einer Videokonferenz miteinander konferieren werden. Jetzt hat die EZB gestern relativ unbemerkt ein kleines Schrittchen gemacht. Sie hat nämlich Junk Bonds hier freigegeben für Besicherung von Krediten. Das heißt, wenn eine Bank, eine europäische Bank, Geld von der EZB bekommt, dann kann sie jetzt auch Junk Bonds als Sicherheit hinterlegen, nämlich Bonds von sogenannten Fallen Angels, gefallene Engel. Das sind Unternehmen, die Anleihen emittiert hatten, die Investment Grade waren, die also Profis kaufen konnten, die dann aber so abgestuft wurden, dass sie inzwischen Junk Bonds sind. Und dementsprechend hat die EZB jetzt sozusagen wieder einen weiteren Schritt in eine unendlich laxe Geldpolitik gemacht. Es geht jetzt wohl darum, dass 2 Billionen Dollar, nicht Dollar, sondern Euro locker gemacht werden sollen. Und es gibt jetzt schon Stimmen, die sagen, das, was die EZB hier betreibt, das ist schon direkte Staatsfinanzierung. Das ist nicht mal mehr kaschiert, so wie vorher, als man ja sozusagen Anleihen gekauft hat über den Umweg von Banken, weil es dann keine Staatsfinanzierung ist, wenn man direkt kauft, ist Staatsfinanzierung, wenn ich es woanders kaufe, ist es nicht Staatsfinanzierung. Aber das sind natürlich philosophische, humoristische Fragen. Schauen wir uns mal an heute die Daten, die auf der Agenda stehen. Das wird wichtig, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, 5,2 Millionen die letzte Zahl, 4,5 Millionen werden heute in den USA erwartet. Damit sind ja dann oder wären dann so um und bei 25 Millionen Leute mit Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gestartet. Heute 9.30 Uhr auch die Einkaufsmanager in die CS aus Deutschland, um 10 dann aus der Eurozone. Oben sehen wir den Servicebereich, katastrophal abgestürzt. Vor allem ja die Dienstleister, wie Gastronomie, die natürlich massiv unter Druck sind. Unten sehen wir das produzierende Gewerbe, hielt sich besser im März. Das sind die Zahlen aus dem März. Jetzt wird ein weiterer Rückgang ein bisschen bei der Produktion, also beim verarbeiten im Gewerbe erwartet und ein weiterer Rückgang auf 28,5 bei den Dienstleistern. Australien hat heute schon Zahlen vorgelegt. Da ist zum Beispiel der Servicebereich auf 19,6 abgestürzt. 50 ist ja die Schwelle zwischen Kontraktion und Expansion. 19,6 ist totale Depression. Man sieht aber auch hier, Manufacturing hält sich besser mit 45,6. Deutschland, um das auch nochmal zu erwähnen, hat jetzt, oder die deutsche Koalition, die große Koalition hat beschlossen, dass man Kurzarbeitergeld aufstocken wird, dass man vor allem die Mehrwertsteuer im Gastro-Bereich senken wird. Das ist das, was viele gefordert hatten. Da geht es ja wirklich zur Sache. Noch ein paar abschließenden Bemerkungen zum Coronavirus. Hier ein Artikel der South China Morning Post aus Hongkong, die sagt, ja wahrscheinlich sind die Fälle in China mit Coronavirus etwa um den Faktor 4 höher. Es kommt eben darauf an, oder käme darauf an, wie man Coronavirus definiert oder die Krankheit definiere. Und wir haben zum Beispiel in Sachen Lockdown und Wiederaufhebung dieses Lockdowns jetzt hier Daten zu Subway Rides, also zur Nutzung von U-Bahnen. Da sehen wir, dass Peking nach wie vor 62 Prozent unter dem Vorkrisenniveau ist. Shanghai 35 Prozent. Das sind doch erstaunliche Zahlen. Abschließend noch ein Bemerkung zu Öl, ist ja gestern gestiegen, unter anderem, weil Sid Donald, oder vor allem, weil Sid Donald den Iran bedroht hat. Aber wir sehen unten USO, das ist dieses ETF, das ist in der Summe dennoch gefallen. Das heißt, das zeigt mal wieder, dass ETFs vor allem im Rohstoffbereich, wenn hier keine physische Einlagerung passiert, ein kleines Problem schon haben. Aber kommen wir zu den Charts. Ich bin ein bisschen lange heute wieder schon im Video. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones und was wir hier sehen, ist unsere tägliche Asienrampe. Da wird dann kurz vor 7 Uhr, kurz vor 8 Uhr, wird dann nochmal richtig schön reingebuttert. Aber sei es drum, es geht, die Futures waren überwiegend negativ. Das hat man jetzt wieder aufgeholt. Wenig Ereignisse in Asien. Wir sehen den DAX bei 1000, nicht bei 1000, so weit sind wir noch nicht, bei 10.446. Wir sehen Euro-Dollar, der sich halten kann bei 1.0831. Gold ist wo? Bei 1700 und 16. Wenig verändert. Wir sehen hier Branded Crude, das aktuell bei 25,83 Dollar im Kassahandel der Fall ist. Und das amerikanske Crude Oil, das ist auch leicht erholt bei 17,14 Dollar. Also, das ist der Stand der Dinge. Wenn Schweden recht hätte, dann hätte die Restwelt ein Problem, weil sie die falschen Maßnahmen getroffen hat. Was aber, wenn Schweden nicht recht hat und die Lage in Schweden eskaliert, zumal eben hier die Leute teilweise aufgrund des Warmwetters sehr viel Kontakt zueinander hatten, dann wäre das Vorbild Schweden ein sozusagen Albtraum und die anderen hätten recht gehabt. Das ist jetzt die Grundfrage, an der sich entscheiden wird, wer wirklich die richtigen Maßnahmen trifft. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesem Tag und sage Servus und Ciao. Ich wünsche euch jetzt den Tag und sage Servus und Ciao.